und damit herzlich willkommen zurück zu zelda ich hab's gewinnen leute ich hab's gewinnen ich zeige euch das mal man muss nämlich ich habe das falsch verstanden man muss in den schildkrötenfelsen rein und über den schildkrötenfelsen hier hinkommen wir waren hier definitiv und hier daraus gehen wir dann den weg bin ich gegangen bin ja hier lang gegangen habt doch hier gemacht hier die truhe geöffnet bla bla alles gemacht nur hier im spiegel benutzen und kommen wir hin und können wir hier noch diese vierter besiegen warte mal ich komme da gerade nicht so frei warte mal ein bisschen frei machen ich muss mich mal ein bisschen frei machen bmrs 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 prf herzteil und trotzdem fehlt noch eins ich bin am überlegen gerade ich habe nämlich gerade das video gefunden wo ich die ganze herzteil noch mal absuche problem ich habe da jetzt noch keins gefunden was ich noch nicht hatte das war hier in der wüste bis in die wüste bei dem holzfeld ins kirchen da wird ein herzteil fehlt ich weiß beim besten will nicht welches sein soll ich kann mir höchstens vorstellen das kann nur noch das herzteil seine aus den aus der ruhe überlesen dieses glücksspiel trugen die düster aber ich weiß es nicht das ist das einzige was ich mir vorstellen kann dass das ist aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen dass ich mir auch nicht vorstellen kann dass das ist aber irgendwie kann ich mir auch nicht weil es wäre ja irgendwie das ist nämlich random verteilt das weiß ich ja habe ich nämlich alles schon das weiß ich würde mich alle nachgeprüft noch mal zu diesen jahren und mal eben ich bin jetzt wieder durchgegangen und habe alle orte abgesucht und habe genau hingeguckt wer hier so und sich schon mal gemacht bleibt eigentlich bloß noch das eine habe ich alles definitiv wo wo tatsächlich mensch jedes mal dasselbe ich versuche das jetzt mal ein bisschen längerfristig mit dem mit dem tun dienst scheint ja relativ fremden zu sein ob man es rauskriegt oder nicht was ich bisschen schade finde eigentlich wenn ich jetzt wüsste in welchem party das mal gemacht habe mit dem trug spiel ich dich da ich habe das schon gemacht ich bin mir eigentlich zu 70 prozent sicher dass ich das gemacht habe ich bin herz geschenkt du hast mir herz geschenkt was mir herz geschenkt ich schenk dir mein herz und was machst du du machst mich pleite wenn ich jetzt wüsste wenn man das irgendwie manipulieren könnte das auf jeden fall rauskommt ich bin doch ich habe doch schon länger den part hochgeladen mit durch kakariko war jetzt muss ich mal weil ich im worten das zu dem immer durfte verdammt mit deadlags ins was nicht da bin ich gerade erst durch die schattenwelt gekommen der kann es auch immer nicht gewesen sein das war der part wo ich ne das war der part wo ich äh das ist part 11 da bin ich gerade aus der schattenwelt gekommen der kann es auch immer nicht gewesen sein ein paar 13 mit arg war es auch nicht ein paar 15 ne hier habe ich diesen komischen links dann schon gemacht ein wasser dungeon ne der war es auch nicht 15 16 17 ne weil irgendwie also hier bin ich ja hier war im dorf ok und hier mache ich halt quasi blinds versteck also kann es ja eigentlich bloß 16 gewesen sein ja es ist information dass man ein bis Ja, hier, warte mal, guck mal, ja, habe ich das gespielt, das Truhenspiel, bin ja mal gespannt. Ich mache eine Truhe auf und ich mache noch eine Truhe auf. Mache ich das nochmal? Ach, stelle ich, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich ein, zwei Mal probiert und dann habe ich oft gehört. Ich weiß nicht, aber ich gucke jetzt mal aus. Ich gucke mal so kurz weiter. Da ist es, also das kann es auch nicht gewesen sein. Das habe ich neben dir schon. So, das hatte ich jetzt noch gemacht. Das habe ich geholt, das habe ich geholt. Das habe ich geholt. Das weiß ich eindeutig. Das habe ich auf jeden Fall auch geholt. Wo fehlt dieses Scheißherzteil, dieses eine? Wo fehlt es? Wo fehlt es? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. In vielen Sachen bin ich einfach direkt nachgegangen. Trotzdem hat es nicht alle. Ausbuddeln? Habe ich das? Überlege ich gerade, ob ich das mit Ausbuddeln gemacht habe. Warte mal. 17, 18. Das war nach dem Dungeon. Nach dem Dungeon bin ich bin ich dann weiß ich nicht, ob ich da komplett runter bin. Ne, hier. In der 18. habe ich dann den nächsten Dungeon schon gemacht. In der 17. Ne? Habe ich blindes Versteck gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 19. Ich klicke meine eigene Videos an, wenn ich Aufrufe kriege. Ha, 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 ha. Ne, da bin ich hier hoch. Ach ne, in dem Bad habe ich noch ein paar Items eingesammelt, die ich noch nicht hatte. 20? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich was gemacht habe. Moment, hier habe ich, hier habe ich gebuddelt. Habe ich das denn nochmal gemacht? Die weh ich gerade. Ne. Moment mal, das, das prüfe ich jetzt mal nach. Das prüfe ich jetzt mal nach. Habe ich vielleicht doch nicht ausgebuddelt oder so? Ich habe das Buddeling nicht nur einmal gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Muss mal gucken, wo ich es nochmal Ich halte mich da beschäftigt, das Zeug alles wegzubringen. Warte mal, alles. Habe ich das denn dann in den Pader nochmal gemacht? Ne, das ist... So, das ist, wie gesagt, der Theorie gehe ich nach. Das würde mich jetzt mal interessieren. Bei meinem Glück wird es genau das sein. Und er, Bis zum nächsten Mal. Ich lache, wenn ich das Ganze jetzt umsonst mache. Eigentlich kann ich mich nicht entziehen, dass es nochmal gemacht ist. Ich lache, wenn ich das Ganze umsonst mache. 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 Kann doch nicht sein. Ich lache, wenn ich das Ganze umsonst mache. 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 Ich bin irritiert, irritiert. so eine größere fläche abbuddeln nicht lang ziehen bin komplett irritiert schaufelspiel schaufel Okay. Vielleicht finde ich es auch an der selben Stelle, ich bin mal gespannt. Ich probiere es einfach mal aus, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber mal gucken. Hier? Okay. Ich lache, weil ich die ganze Mühe hier umsonst... Ich lache, weil ich die ganze Mühe hier umsonst... Ey! Sag mir nicht, dass das random ist... Hier? Hier ist das Ding. hier hätte es eigentlich sein müssen und niemand hier ist es ist alles kacke es ist alles kacke ich weiß nicht irgendwie habe ich das gefühl ich habe das schon gemacht und jetzt suche ich hier umsonst begreif es einfach nicht wo soll denn sonst das letzte herzteil sein wisst ihr was ich mache jetzt hier den cut dann muss ich mal auf screen ein bisschen gucken weil das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd ich muss mal meine ganzen parts mal durchwühlen weil ich das irgendwann nochmal gemacht habe und es dann gefunden habe weil dann spätestens dann weiß ich nicht mehr was ich nie gemacht habe egal bis zum nächsten mal ciao 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 ciao